Ja, meine Freunde, jetzt mal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute haben wir mal was ganz anderes mitgebracht und zwar noch vertragslose, vereinslose Spieler, die sowohl der 1. als auch der 2. Bundesliga weiterhelfen könnten. Für Vereine, die vielleicht noch auf der Suche sind. Vielleicht ist ja auch euer Verein gerade noch in irgendeiner Position nicht so gut abgedeckt. Da haben wir ein paar Spieler mitgebracht, sowohl für die Kaderbreite als auch vielleicht für mehr. Da sind natürlich überwiegend Dellenspieler. Es hat schließlich immer auch einen Grund, warum Spieler noch vereinslos zu diesem Zeitpunkt sind. Und deswegen werden wir mal unsere kleine Liste gleich durchbringen. Ich glaube, 12 bis 13 Spieler haben wir und da gehen wir gleich durch. Und in dem Sinne könnt ihr gerne nochmal alle ein Däumchen da oben da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und jetzt gebe ich mal das Wort drüber an Felicio. Ja, grüßt euch erstmal. Freut mich sehr. Ja, wir haben ja die Woche Zeit, um ein paar Videos zu machen, die außerhalb dieser normalen Spieltagsvideos etc. sind und wollen ja auch noch ein paar Trikot-Rankings machen, die wir euch noch schuldig sind. Wir haben uns jetzt hauptsächlich Spieler ausgesucht, die, sage ich mal, die Bundesliga auch schon kennen. Aber ihr könnt gerne mal, wenn ihr das dann durchgeguckt habt, auch reinschreiben, wen ihr von den anderen vertragslosen Spielern, die vielleicht auch mit der Bundesliga noch nichts zu tun hatten, trotzdem interessant findet und wenn ja, vielleicht sogar auch für wen. Und wir beginnen mit einem Spieler, den ich sogar, weil wir ja auch eh kein Geld hatten und haben, für Hertha mal vorgeschlagen hatte, weil ich ja wusste, dass der Vertrag ausläuft. Und die Rede ist von einem Mann, der, ich glaube, der hat insgesamt bei drei Bundesliga-Klubs gespielt, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, Steyfelidis. Richtig. Vier sogar. Steyfelidis mit 29 Jahren, ein Marktwert noch von 1,2 Millionen, zuletzt bei Bochum gespielt. 29, muss man da auch an der Stelle sagen, ist für einen Vereinslosen-Spieler wirklich kein Alter. Also man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass der auch irgendwo nochmal unter Vertrag genommen wird. 1,78 groß. Hauptsächlich Linksverteidiger, hat für Griechenland 32 Länderspiele und sogar zwei Tore erzielt. Als Außenverteidiger, seinen höchsten Marktwert hatte er damals beim FC Augsburg gehabt. 4,5 Millionen hat dieser damals betrogen. Und er war bei Leverkusen, Augsburg, Hoffenheim, Bochum. Vier. Vier Klubs. Es ist doch gut, dass du gesagt hast, er hat 4,5 Millionen betrogen. Betrogen. Er hat betragen. Aber er hat ihn um 4,5 Millionen betrogen. Das kann man vielleicht auch sagen. Nee, kleiner Spaß. Ja, das Interessante an Steyfelidis ist ja eigentlich seine krasse Flexibilität. Also meistens spielt er ja Linksverteidiger. Aber er kann eben auch Sechser, er kann auch Rechtsverteidiger. Der ist schon gefühlt überall eingesetzt worden. Und das könnte er so als so ein Ergänzungsspiel für die Kaderbreite, sowohl für Vereine aus dem unteren Tabellendrittel in der Bundesliga, als auch für den einen oder anderen Zweitligisten interessant sein. Hat gespielt bei Leverkusen, Augsburg. Hoffenheim hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber stimmt natürlich. Und Bochum. Ich habe bei Hoffenheim auch nur sieben Spiele gemacht. Ja, damals ist er aber, das ist mir dann wieder eingefallen, damals ist er aber zu Hoffenheim gegangen, auch schon mit Ansprüchen, weil er echt bei Augsburg stabil war. Er war ja dann an Augsburg ausgeliehen und hat echt gute Leistungen gebracht. Da dachte ich, mal gucken, wie es wird. Aber der ist halt auch verletzungsanfällig, muss man sagen. Hatte immer mal wieder in seinen Karrieren zumindest damit zu kämpfen. Aber 29, wie du sagst, ist ja kein Alter. Muss man halt gucken, gerade Linksverteidigerposition ist ja so eine Position, wo du eine gewisse Dynamik brauchst auch. Die geht halt auch abhanden bei manchen Spielerstilen im Alter. Aber auf der Sechs können er auch durchaus noch ein interessanter Ersatz sein, wo nicht zwangsläufig immer aufs Tempo angewiesen ist. Ich finde, er kann gute, lange Bälle spielen, er kann gute Flanken schlagen. Er hat ja auch des Öfteren bei den Klubs immer die Ecken getreten. Also ich finde eigentlich ihn einen ganz interessanten Spieler. Und der wäre bestimmt günstig auch, was Gehalt angeht, zu haben. Ja, man muss dazu sagen, dass er bei Leverkusen auch nur ein Profispiel hatte, aber halt vorher ja auch für Leverkusen das zweite gespielt hat. Hat insgesamt in der Bundesliga 103 Partien gemacht, sechs Tore und fünf Vorlagen dabei erzielt. In der Championship-Saison, wo er bei Fulham war, hat er 38 Spiele sogar am Stück gemacht. Also da hat sein Körper auf jeden Fall noch gut mitgemacht gehabt. In der letzten Saison hat er 19 Partien für Bochum gemacht und dabei zwei Vorlagen erzielt. Seine verletzte Historie, da ist halt alles dabei gewesen. Schienbeinverletzungen, Schulterprobleme, muskuläre Probleme, Knieprobleme. Eigentlich alles, was ihr vorstellen könnt, war dabei. Aber wie ja auch gerade eben schon gesagt, das sind halt eben dann auch Dellenspieler. Also oftmals. Ich glaube, dass er trotzdem einiges in Erfahrung mit sich bringen könnte. Bin mal gespannt, ob er da vielleicht nicht sogar jetzt bald in der zweiten Liga dann auftauchen wird. Gieselmann ja der zuletzt, der wäre ja auch in diesem Video mit reingekommen, hat ja jetzt auch sich Kreuter Fürth zum Beispiel angeschlossen. Ja, auch Linksverteidiger. Muss man auch immer sagen, ist dann auch immer krass zu sehen, weil Gieselmann eigentlich echt kein schlechter Fußballer ist. Klar, ist er jetzt nicht mehr der Jüngste. Für ihn auch bitter, dass es da bei Union nicht mehr weitergeht. Aber echt kein schlechter Spieler eigentlich, Gieselmann. Und nur zweite Liga, Kreuter Fürth jetzt gibt es halt Spieler, die haben da nicht mehr so einen Markt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Daifelidis da groß in der Bundesliga jemanden finden würde. Es sei denn, es verletzt sich jetzt jemand in der Bundesliga schwer. Und da greift nochmal einer drauf zurück, dass er kurzfristig einen Ersatz hat. Aber dann würde ich auch eher zweite Liga sagen oder dann eben eine ausländische Liga. Oder vielleicht auch nochmal in seinem Heimatland Griechenland. Aber auch 32 Länderspiele. Auch wenn Griechenland natürlich nicht jetzt die Fußballnation ist, wo man sagt, es ist unfassbar schwer, da Nationalspieler zu werden, stehen trotzdem 32 Spiele internationaler Erfahrung. Auf jeden Fall. Und damit kommen wir zum nächsten Spieler. Ein Spieler, ich bin mal gespannt, ob ihr jetzt schon drauf kommt, wenn ich sage, er hat bei drei Vereinen in der Bundesliga gespielt. Und eine Statistik in der Bundesliga von 209 Spielen, was eine Menge ist, 85 Tore und 17 Vorlagen dabei erzielt. In der zweiten Bundesliga kam er auf zehn Einsätze und sechs Toren, also sowohl erste als auch zweite Liga, schon gespielt gehabt. Und letzte Saison hat er für Borussia Dortmund 19 Partien gemacht, zwei Tore und eine Vorlage erzielt. Die Rede ist natürlich von Anthony Modest. Hat ein Marktwert noch von 700.000 Euro. Ja, lustig sind ja die Gerüchte auch, die da mit Eintracht Frankfurt aufkamen. Also ich weiß nicht, ich würde irgendwie, ja gut, weil sie jetzt nicht schnellstmöglichen Ersatz bekommen haben, aber sie haben ja tatsächlich einen Gang kamen. Aber wenn sie so einen Stürmertypen nochmal wollen, aber es würde irgendwie gar nicht in diese Transferpolitik von Frankfurt passen. Fand ich ein bisschen lustig, das Gerücht. Aber wer weiß, also der kann immer mal für Tore gut sein, gerade bei einer Mannschaft, die gerne über hohe Bälle, über Flanken spielt. Vielleicht, wenn bei Köln Selke nicht mehr fit wird, vielleicht sagen sie ja doch nochmal. Man hätte damals auch nicht gedacht, dass der vielleicht nochmal zurückkommt. Und trotzdem ist es wieder erfolgreich geworden. Gut, der Abgang war jetzt auch wieder nicht so schön. Andersrum, ja, ich weiß nicht, wir haben ja schon drüber gesprochen, sie haben nochmal 5 Millionen bekommen für ihn. Er hat nochmal ein hohes Gehalt bekommen. Wenn bei Köln, sagen wir mal, Selke fällt jetzt lange aus und Teges klappt nicht. Was machen die denn dann? Tja, das ist die Frage. Was machen sie denn dann? Das ist eine gute Frage sogar. Aber für mich persönlich ist Modest auch immer so ein Kandidat, wo ich sage, ich glaube, er mag auch das Geld. Und ich glaube, wenn da jetzt jemand anklopft in die Saudi-Richtung oder so, würde mich auch nicht komplett wundern, wenn er dann auch da landet. Wir müssen ihn ja trotzdem ja auch reinpacken, weil er bringt halt Bundesliga- und Zweite-Erfahrung mit. Und wenn er sagt, er möchte gerne in Deutschland weiter kicken, dann wäre das natürlich auch sehr naheliegend. Vor allen Dingen, wenn man jetzt bedenkt, er spielt gerade ja, beziehungsweise er hält sich gerade fit bei Fortuna Köln. Das ist ja hier wieder bei mir um die Ecke. Und er hat jetzt auch letztens so eine Werbung für die gemacht, fand ich auch ganz witzig. Finde ich aber ganz cool auch, weil die lassen den mittrainieren, weißt du, halten den fit. Und er hat halt praktisch dann auf seinem Instagram-Channel, beziehungsweise ich glaube, auf deren Instagram-Channel war das Video, hat er dann Werbung für das Spiel für die gemacht und hat dann gesagt, ich habe schon meine Karte fürs Heimspiel, sichert euch eure. Und das war so richtig so, ja, so Werbeprofi. Die hat die Werbung gekostet. Ja, aber Modest, ich glaube, wenn es nach ihm gänge und wie gesagt, jetzt mal das Geld separat, dann Kölner Nähe. Also Kölner nahe Raum, irgendwo da. Vielleicht sogar, muss man ja auch sagen, vielleicht sogar dritte Liga. Viktoria Köln sucht zwar gerade nicht, aber das wäre natürlich auch sehr, sehr hart, wenn er jetzt von Fortuna zu Viktoria geht. Aber trotzdem, vielleicht macht er auch in so eine Richtung was. Ist mit Sicherheit jemand, auf den der eine oder andere zurückgreift. So Gerüchte kommen ja dann auch nicht von ungefähr, ne? Dass Frankfurt sich allein, oder dass er zumindest allein als Name auftaucht, ist ja dann schon interessant, sag ich mal. Aber 35 Jahre auch, ne? Ja, und sagen wir mal so, wenn, also ich glaube auch, wenn so ein Angebot aus Saudi-Arabien da wäre, würde er es machen. Das Ding ist, es wird keins gegeben haben, sonst wäre er schon längst da. Also ich glaube nicht, dass er dann noch vereinslos wäre. Ja, ich bin mal gespannt, ob da nochmal was kommt oder ob die Karriere dann in diesem Sinne so ausläuft. Aber er bringt auch immer noch, auch wenn die Dortmunder sich natürlich zu Recht auch aufgeregt haben letztes Jahr dann über diesen Transfer, er bringt ja trotzdem seine Qualitäten mit, ne? Ja, ja, er hat eine gewisse Toregefahr. Für Dortmund ist es einfach zu wenig, das ist ja klar. Aber die brauchen halt jemanden, der einfach gerade Bundesliga erfahren ist und funktioniert irgendwie halbwegs. Und da hast du halt Modest gehabt. Ja, könnt ihr mal reinschreiben, wo ihr glaubt, wo er landet. Und da gehen wir... Er hat natürlich wenig Tore gemacht für Dortmund, ich glaube zwei waren es, ne? Ja, ich glaube zwei und eine volle, habe ich gerade noch vorgelesen gehabt, ja. Und eins natürlich gegen Hertha, ist ja völlig klar. Ja, ordentlich, ne? War das nicht das sogar gegen Bayern oder so, wo die da am Ende noch 2-2 gespielt haben? Eins gegen Hertha und eins gegen Bayern, also gegen die Topmannschaften trifft er dann. Gegen die Topmannschaften hat er das halt drauf. Apropos Topmannschaft, der Spieler, wo wir jetzt drauf kommen, der hat zuletzt auch bei einer Topmannschaft gespielt, nämlich bei Hertha. Ja, 31 Jahre jung, 1,81 groß, linker Verteidiger, sieben Spiele für die deutsche Nationalmannschaft sogar gemacht. Hat gespielt bei Hertha und Nürnberg. Ja, Hertha und Nürnberg, ne? Ja, nur Hertha und Nürnberg. Ich war gerade schon fast verwirrt. Und er hat in der Bundesliga wirklich eine Menge Erfahrung, die er mit sich bringt. 278 Spiele, acht Tore und 40 Vorlagen. Mhm, das ist auf jeden Fall mal, wie gesagt, allein als Erfahrungswert eine ordentliche Platte, wortwörtlich. Denn wir reden über Plattenhard, der einen Marktwert noch von einer Million hat. Da kannst du ja mehr sagen. Erstmal verstehe ich nicht, was dieses leicht sarkastische zur nächsten Topmannschaft soll. Aber ich glaube, du meintest es einfach komplett ernst. Richtig. Ja, also ich sage dir ehrlich, ich habe ihn ja jetzt wirklich lange beobachtet. Er kann ein super Spieler sein, wenn er vom Fitnesslevel her auf Topniveau ist. Weil er bringt halt gewisse Fähigkeiten mit, die man auch meistens nicht so erlernen kann. Und das sind eben vor allem Flanken und Freistöße. Bloß das hat er in den letzten Jahren halt einfach viel zu wenig gezeigt. Und er ist meistens auch nicht fit und wirkt auch nicht wie ein Spieler, der jetzt in seinem Alter, was ja eigentlich auch nicht alt ist, ist ja genauso alt wie Gieselmann, der noch das Letzte aus sich rausholen will und da mega motiviert ist. Ich sehe den überhaupt nicht, weil ich habe ihn ja jetzt immer gesehen, ich sehe ihn überhaupt nicht in der ersten Liga. Ich dachte, vielleicht würde der nochmal interessant werden so bei Nürnberg. Aber die sind halt auf der Linksverteidigerposition so dick besetzt. Die haben Handwerker, der da spielen kann. Das Talent Nathaniel Brown, sie haben Horn, also die brauchen den jetzt auch nicht mehr. Könnte sein, dass ein Zweitligist den nochmal verpflichten will. Ich glaube auch nicht, dass er seine Karriere schon beenden will. Könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Außer er sagt, er hat genug verdient. Ich denke aber eher, der wird nochmal was machen wollen. Aber in der ersten Liga sehe ich den nicht. Nee, also da sind wir wieder auch bei, wenn jetzt irgendwer sich schlimm verletzt als Linksverteidiger, dann könnte es wiederum vielleicht passieren. Aber er hat halt eine Menge Bundesliga-Erfahrung. Mit 31 ist er jetzt auch noch nicht so, dass du sagst, okay, der hört nächstes Jahr auf. Im Normalfall hat er ja noch drei, vier Jahre so. In so eine Richtung zumindest mal. Ich bin gespannt, wo uns ihn am Ende ziehen wird. Aber er kommt halt leider, muss man sagen, wenn du jetzt diesen Vergleich zu Pekarik hast, der bei uns ist, der 37 wird, er wirkt halt einfach, im Gegenteil, er wirkt nicht fitter als ein 36-jähriger Pekarik und nicht spritziger. Vielleicht geht er auch nochmal zurück irgendwann nach Nürnberg, ne? Vielleicht... Er meinte ich ja gerade, die haben halt eine gute Besetzung auf der Linksverteidiger-Position. Die haben eigentlich keinen Bedarf. Die haben einen jungen Spieler, haben einen Handwerker, der sowieso... Aber wenn sich jemand verletzt, dann kann er... Dann könnte es sein. Nürnberg wäre so ein Ding, wo man denkt, ja, könnte er nochmal zurückgehen irgendwie. Aber wer weiß, also jetzt, ich will ihn jetzt auch nicht komplett runter machen, der bringt ja seine Fähigkeiten mit. Aber manchmal landen so eine Spieler dann auch in der dritten Liga. Ja, ich bin mal gespannt, wo wir ihn am Ende dann sehen werden. Schauen wir mal. Na, hättest du ihn bei Bremen genommen? Nee. Aber es ist auch so, weil ich einfach nicht da dieses Upgrade sehe dann. Dann hast du praktisch Jung und Platte. Also es wäre dann so, weißt du, jetzt, wenn wir eh einen anderen... Aber das würde für mich jetzt nicht so ganz so viel Sinn machen, sag ich mal. Aber gut, gehen wir zum nächsten Spieler rüber. Und das ist ein Spieler, der die Bundesliga auch sehr gut kennt. Mittlerweile allerdings wahrscheinlich von allen, die wir haben, glaube ich, sogar der Älteste. 35 Jahre jung geworden. Jetzt im Juni ist vielleicht eher wirklich ein Kandidat, wo du dann sagst, holst du nochmal für ein Jahr Erfahrung oder sowas mit rein. Hat noch einen Marktwert, trotzdem von einer Million sogar, mit 35 noch. 1,86 groß ist er, hat in der Bundesliga 189 Partien bestritten, neun Tore und zwei Vorlagen. Hat aber die letzte Saison auch in Griechenland gespielt, beziehungsweise schon eine Weile jetzt. Seit 2021 hat er in Griechenland gespielt bei Olympiakos Pireus. Die Rede ist von Sokrates, der auch mal bei Dortmund sowie auch bei Werder war. Für Griechenland 90 Länderspiele gemacht hat, auch da drei Tore erzielt hat. 1,86 groß, bringt einiges mit. Aber hat er auch zuletzt immer wieder natürlich kleinere Verletzungen gehabt. Letzte Saison kam er auf 18 Spiele in der Liga und hat dabei ein Tor erzielt. Und in den Playoffs hat er ebenfalls neun Spiele gemacht und auch eine Tor erzielt. Genauso wie im Pokal hat er zwei Spiele gemacht. Europa League, ein Spiel. Ja, war er ja zwischenzeitlich sogar bei Arsenal. Also, ja, jetzt zuletzt Olympiakos Pireus. Wir haben ihn jetzt mit reingenommen. Ich sehe den nicht, dass den irgendjemand in der Bundesliga verpflichtet. Also, wenn der die Karriere noch fortsetzt, dann sehe ich den in Griechenland, aber eben nicht bei einer topgriechischen Mannschaft. Ansonsten, glaube ich, wird den keiner mehr verpflichten. Wobei er eigentlich ja Attribute mitbringt, für die er jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, der Spritzigste und Jüngste sein muss. Also, der kann halt auch seine Stärken ausspielen im Alter. Ich meine, wir sehen es, gucken wir uns mal Chelsea an mit Thiago Silva. Ich habe gestern gesehen, der wird jetzt nächste Woche oder übernächste Woche, der wird 39. Der spielt da immer noch Stamm. Das ist gefühlt die einzige Konstanze. Wenn du so eine gewisse Spielweise hast, gerade in der Innenverteidigung, ist das Alter erst mal nebensächlich, wenn du nicht nur über Schnelligkeit kommst. Vor allem, er kommt ja sehr viel über Körperlichkeit. Die verlierst du ja nicht zwangsläufig. Ja, also ich sehe nicht, dass der in die Bundesliga geht. Obwohl er natürlich viel Erfahrung in der Bundesliga mitbringt bei Bremen und Dortmund. Ja, ich glaube auch, dass ich eher Richtung Zweite Liga, wenn überhaupt, gehen würde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er nochmal in Griechenland vielleicht jetzt nochmal was macht. War jetzt bei Piraeus. Das ist wirklich am ehesten. Ja, muss man mal gucken. Aber mit Sicherheit auch jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt. Und du hast gerade ja schon gesagt, in der Innenverteidigung geht es ja nicht vorzugsweise nur um Tempo. Der hat ja halt einfach auch, ich sag mal, sein Standing. Hatte auch mal einen Marktwert von 28 Millionen. Das ist natürlich auch nochmal ein Brett. Aber bei Arsenal war das, oder? Ja, nachdem er, also da, wo er dann von Dortmund zu Arsenal gegangen ist. Ja, jetzt kommen wir zu einem Spieler. Da bin ich sehr gespannt, weil wenn du ja einmal in dieser Sau die Richtung warst, die Frage, ob du den Weg zurück schaffst. Und das ist auch hier so ein bisschen die Frage. Denn die Rede jetzt ist von Armin Younes. Ein Marktwert hat er noch von einer Million. 30 Jahre jung. Also durchaus auch immer noch nicht so, dass du sagst, ja jetzt Karriereende schon. Zumal er ist im August erst 30 auch gerade geworden. 1,68 groß, links außen. Die meisten werden ihn wahrscheinlich so auf dem Schirm haben noch von dieser Saison, wo er in Frankfurt so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat. Damals von Neapel. Seinen höchsten Marktwert hatte er mit 10 Millionen. Das ist natürlich auch ordentlich. Ist ja so ein bisschen eigentlich als kleiner Tempo-Dribblei auch bei Frankfurt vor allen Dingen gewesen. Hat in der Saison 2021, ist ja noch gar nicht so lange her, in Frankfurt 26 Partien gemacht. Drei Tore und drei Vorlagen erzielt. Und ich sag euch, nicht nur die sechs Scorer sind in Erinnerung geblieben, sondern wirklich einfach auch teilweise seine Bewegungen. Viele vorentscheidende Sachen gemacht, also das muss man schon sagen. War jetzt zuletzt ausgeliehen an den FC Utrecht. Hatte dort zehn Einsätze auch noch gehabt und zwei Vorlagen gemacht. Hat insgesamt eine Bundesliga-Erfahrung von 52 Spielen, vier Tore, fünf Vorlagen. Und in der zweiten Liga hat er gespielt 14 Spiele, zwei Tore und eine Vorlage. Damals auch noch mit Gladbach. Das waren ja auch noch Zeiten, wo Gladbach sogar noch unten war. Er war halt bei Utrecht auch nur, ich glaube, ein halbes Jahr. Ich gucke hier gerade selber nochmal. Ja, ein halbes Jahr war er, soweit ich weiß, da. Das muss man halt auch noch sagen. Ja, bei all die Fuck. So werden sie, glaube ich, auch gesprochen, ne? Ich würde sagen, wenn du diese... So ist richtig, aber ich weiß es auch nicht. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr es aussprechen würdet. Das müssen wir ja zensieren. Ja, wie du das aussprechen würdest. Sprichst du mal aus? Ey, die Fach. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist er da nicht so glücklich geworden. Ich fand auch ganz interessant, er hat gesagt jetzt bei seinem... Er hat ja jetzt gesagt, er würde jetzt gerne wieder zurück Richtung europäischen Raum. Und dass jetzt die Liga nicht mehr das ist, wo er praktisch hingegangen ist. Also, dass es einfach viele Veränderungen gab und so weiter. Ja, ich meine, geht ja jeder mit, ne? Das ist ihm zu gut, oder was? Ja, so ein bisschen so, wo ich so auch so dachte, hä, okay. Ja, dann mach halt. Ja, zuletzt wurde mal als Interessent genannt Standard Lüttich. Ja, könnte ich mir grundsätzlich sogar auch vorstellen. In der belgischen Liga, auch allgemein niederländisch, könnte ich mir auch wieder vorstellen. Nein, grundsätzlich. Aber eben auch, und da sehe ich ihn nicht in der Bundesliga, aber in der zweiten Liga. In der zweiten Liga könnte ich mir auch gut vorstellen. Ey, der ist eigentlich, eigentlich, ich weiß halt nicht, wie er sich jetzt gemacht hat in den letzten zwei Jahren. Aber er ist 30 Jahre alt, ja. Ja, der ist 30 geworden, muss man auch mal dazu sagen. Also, der ist ein super Spieler. Ich habe den so in Erinnerung, wie du es auch gesagt hast. Der Ball klebt bei ihm am Fuß, super schwer vom Ball zu trennen. Ganz kleiner, wendiger Mann, niedriger Körperschwerpunkt. Unfassbar flexibel, einsetzbar. Der hat doch auch alles schon gespielt. Flinker Flügel, rechter Flügel, hängende Spitze, Zehner, Halbraumposition 8 und so. Also, als er eigentlich gefühlt hat, der alles gespielt. Der war doch sogar A-Nationalspieler bei Deutschland. Ja, er hat acht Spiele für Deutschland gemacht und zwei Tore sogar. Also, eigentlich in dem Alter, gerade 30 geworden, sehr, sehr interessanter Mann. Ich weiß nicht, wie viel er noch von seiner Dynamik hat. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Wie lange war er bei den Saudis insgesamt? Zwei Jahre? Ja, ja, aber der wurde ja halt zwischendurch halt ausgedient. Also, der ist damals gegangen, 21, 22, von Neapel dahin, ablösefrei. Und war dann, ja, 22, 23 ist er verliehen worden. Also, es ist halt immer die Frage, wie viel Dynamik verlierst du auch über so einen Zeitraum und wie kannst du die auch nochmal so zurückgewinnen? Aber an sich, wenn du jetzt von zweiter Liga sprichst, wenn er auch bereit wäre, Gehaltsanbußen hinzunehmen, dann wäre das auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler. Also, wenn jetzt als Beispiel mal sich bei Kruse rausstellt, ey, das wird irgendwie nichts mehr. Der ist immer wieder verletzt. Ja. Dann würde ich mir als Paderborn schon Gedanken drüber machen, weil das ist dann ein absoluter Unterschied. Wenn der auch Bock auf sowas hat, ne? Ja, klar. Das ist halt sowieso die Frage, ob er sich das auch vorstellen kann. Aber ich glaube schon. Ich glaube, dass er auch mal gesagt hat, so deutscher Raum wäre für ihn immer nochmal interessant. Deswegen, es würde mich jetzt nicht komplett wundern, wenn das auf so eine Tour nochmal gehen würde. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass er komplett vereinslos bleibt. Man sollte auch da nochmal erwähnen, dass all diese Spieler, die wir auch gerade vorstellen, haben ja nur den Zeitraum jetzt bis nach dem Winter. Also, nach dem Winter bis zum Sommer zum Beispiel darfst du nicht nachverpflichten. Du darfst nur während, also in dieser Zwischenphase zwischen Sommer und Winter nachverpflichten. Ja, und deswegen wäre das dann jetzt auch eine Option für ihn. Der nächste Spieler, den wir haben, der ist Weltmeister. Das ist, ey, ist Weltmeister. Das ist so. 1,84 groß, 31 Jahre jung, Marktwert noch von einer Million. Sein letzter Verein war Levante. Sein höchster Marktwert war mal bei 30 Millionen Euro. Das ist auf jeden Fall ordentlich für einen Innenverteidiger. Bei Levante hat er zuletzt aber sehr, sehr lange pausieren müssen, denn er war auch sehr, sehr lange verletzt. Um genau zu sein, 166 Tage war er am Stück verletzt, davor 43 Tage und davor 99 Tage und dafür 90 Tage. Ihr seht schon, wir haben hier jemanden mit sehr, sehr viel Verletzungspech und langjährigen Verletzungen vor allen Dingen. Und zwar Skodram Mustafi. Skodram Mustafi. Aktuell soll er fit sein, beziehungsweise soll er jetzt fit sein schon seit April. Also ich weiß gar nicht, ob er jetzt für Levante am Ende, ob er da jetzt auch noch mit trainiert hat, weil man wusste, dass der Vertrag ausläuft. Allerdings, wie gesagt, soll er wohl aktuell fit sein? Die Frage wird da sein, nach diesen ganzen Verletzungen, macht er nochmal weiter oder nicht? Falls ja, könnte man sich das vorstellen. Also die letzten Verletzungen waren jetzt auch Muskelverletzungen. Es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, okay, Kreuzbandriss und weiß ich nicht, sondern eine Muskelverletzung. Also ich glaube zumindest, dass es kein Kreuzbandriss war, aber ich könnte mich ja gerne korrigieren, falls es doch so ist. Der letzte Muskelfaserriss zum Beispiel im Adduktorenbereich war 21-22. Naja. Ich muss dir sagen, ich mag Mustafi sehr eigentlich. Als Mensch auch. Ich habe mir viele Interviews von dem schon angeguckt und der hat auch eine sehr interessante Geschichte, wie das damals mit dem Profifußball angefangen hat und wie sehr er das wollte und wie ihn seine Familie unterstützt hat. Ich finde ihn eigentlich richtig sympathisch und ich fand ihn damals, als er diesen, welche WM waren das? War das WM oder EM, wo er dann bei uns gespielt hat? Der ist ja Weltmeister geworden, also WM. Ja, 2014 war das, oder? Da hat er dann ja später auch bei Arsenal und so weiter gespielt. Also ich mochte ihn eigentlich sehr als Spielertypen. Den kannst du in der Innenverteidigung spielen, den kannst du auch auf der, je nachdem wie du es halt interpretierst, auf der Rechtsverteidigerposition spielen. So wie es jetzt beispielsweise auch Stuttgart macht, wo die ja eigentlich tendenziell von der Grundformation fast Innenverteidiger auf den Außenverteidigerpositionen haben. Eigentlich ein super Spieler, eigentlich auch kein Alter für ihn, aber eben diese Verletzungshistorie. Ich glaube, wenn ich mir diese Interviews von ihm so angucke, vom Typen her ist er schon einer, der nicht aufhören will. Auch wenn er viele Verletzungen hat. Und ich glaube auch nicht, dass er einer ist, der sagt, nee, ich gehe jetzt nur danach, wo ich am meisten Geld verdiene. Ich glaube, der will einfach spielen. Da wäre ich zu Schalke gegangen, oder? Genau, der war bei Schalke. Das war, muss man sagen, aber da hat ja sowieso nichts geklappt. Da hat ja auch Kolasinac, Kolasinac, wie auch immer, hat ja auch nicht funktioniert. Und der ist ja jetzt auch wieder in Fahrt gekommen in seiner Karriere. Also ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen, dieses halbe Jahr mit Christian Groß, wo irgendwie wirklich gar nichts geklappt hat. Aber an sich, finde ich, ist er ein super Spieler. Und wenn in der Bundesliga einer ausfällt, in der Innenverteidigung, warum den nicht holen? Wenn man sich mit dem einigen kann über ein Gehalt. Ich glaube, motiviert wäre er auf jeden Fall. Er hat eine sehr interessante Vita, wie gesagt, war ja, glaube ich, der ist bei Hamburg gewesen in der Jugend, oder? Ja, Hamburg in der Jugend gewesen. Also in der Bundesliga hat er zwar nur 13 Spiele gemacht, das waren diese für Schalke. Allerdings hat er halt die meisten Spiele für Arsenal gemacht, 151, neun Tore, fünf Vorlagen. Und bei Valencia hat er auch 81 Spiele gemacht, sechs Tore, drei Vorlagen. Also La Liga und Premier League, der hat schon das Niveau, wo du sagst, ey, da holst du dir eigentlich, wenn der fit ist. Das ist halt die Sache. Aber das ist ja auch sowas, da lädt es den halt ein, der ist gerade vereinslos. Lade ihn zum Training ein, guckst dir an, mach Medizincheck. Mach zwei Wochen Training mit dem. Ja, genau, und dann kannst du immer noch mit dem quatschen, als erfahrenen Backup, und ich bin voll bei dir, ich glaube nicht, dass bei dem an erster Linie gerade um Geld geht. Als erfahrenen Backup kannst du den auf jeden Fall verpflichten, glaube ich. Und, was man ja wirklich mal dazu sagen muss, also internationale Erfahrung, Weltmeister geworden. Er hat in Italien gespielt, bei Sampdoria, er hat in Spanien gespielt, er hat in England gespielt und kurz auch in Deutschland. Also, eigentlich müsste der, wundert mich, ja, ist halt immer schwer zu sagen, wie schwer die Verletzungen wirklich sind, aber wundert einen dann immer, weil er müsste auch in vielen Jahren, in vielen Ländern quasi erstmal einen Namen haben. Das ist auch nochmal was anderes, wenn du überall schon mal gespielt hast. Und Wahnsinn, ich sehe das jetzt hier gerade nochmal, die haben 41 Millionen damals für den bezahlt, Arsenal. Ja, der war ja super, ne, also es war ja wirklich so, wo man gesagt hat, ey, der hat's ja echt drauf eigentlich, aber Verletzungspech hat er halt auch irgendwie mit sich geschleppt, gerade jetzt in den letzten Jahren, ne, muss man halt auch so erwähnen, sag ich mal. Ja. Aber ich glaube, dass der neuen Verein findet, wenn er fit ist, wenn er fit ist, dann auf jeden Fall. Also, ich wünsch' ihm auf jeden Fall, ich mag ihn. Ja, ich auch, wie gesagt, ich auch. Tatsächlich lustigerweise, wir suchen ja eigentlich auch, oder was heißt wir suchen? Wir haben ja eigentlich auch nur vier Innenverteidiger aktuell gerade gelernt. Ich hab auch mal so überlegt gehabt, vielleicht würde Werder sowas auch machen, den halt dann einzuladen und dann einfach mal zu schauen, ist der komplett fit? Und gehalten, ich kann man sich einigen, dann wäre das vielleicht sogar eine Option, muss man ja mal zumindest reinschmeißen. Ja, mit Breite im Kader, bei vier Innenverteidiger, wenn ihr mit Dreierkette, habt ihr nur vier, ja, weil ich hier ja auch hier abgegeben habe. Dreierkette und vier Innenverteidiger ist jetzt wirklich nicht viel, weil dann musst du ganz schnell das System umstellen, wenn du Pech hast. Richtig, deswegen ist das auch auf jeden Fall, oder wäre das auf jeden Fall auch ein Kandidat. Nächster Profi, da kannst du wieder mehr zu sagen, Bundesliga, 143 Partien, zwölf Tore, 22 Vorlagen. Innerhalb von einem Jahr hat sich da so viel geändert. Vor einem Jahr saßen wir hier auch noch und haben darüber geredet, wer den von uns beiden kriegt, weil wir den beide haben wollten. Der schlechteste Take, seitdem ich YouTube mache. Ja, und wir beide auch eigentlich sehr begeistert waren, weil wir gesagt haben, ey, bei Mainz hat er echt gute Spiele gemacht. Jetzt ist er auch immer noch jung, also es ist immer noch nicht so, er ist 29, er hat einen Marktwert von 1,5 Millionen, die Rede ist von Boetius. Ja, 1,78 groß, der offensive Allrounder eigentlich. Vielleicht wird es ihm aber eher so ein bisschen zum Verhängnis, dass er auf so vielen Positionen gesehen wird, weil keine macht er halt so richtig perfekt. Kann zwar auf vielen eingesetzt werden, aber ja, was sagst du? Also, ich weiß nicht, was in diesen Felizio damals gefahren ist, der meinte, aus der zweiten Tabellenhälfte kann sich jeder glücklich schätzen, der Boetius ablösefrei bekommt. Naja, also die Saison war eine Katastrophe. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, er hatte ja auch diese schlimme Hodenkrebserkrankung, muss man auch mal dazu sagen. Auch wenn er immer viel lächelt und so weiter, weiß er ja nicht, wie dich sowas mitnimmt. Andersrum denke ich mir, wieso spielst du auf dem Platz im Abstiegskampf, Hackelspitze, 1,2,3 und rennst dir nicht den Arsch ab. Jetzt hat er ja, da sag ich fast, da bin ich dankbar für, weil er auch ein fettes Gehalt bei uns hatte. Er hat seinen Vertrag aufgelöst, weil er eine Option hatte bei uns. Und darüber bin ich ihm auch gar nicht böse, im Gegenteil. Ich bin froh, dass wir dieses Gehalt nicht mehr bezahlen müssen, weil dann hättest du mit dem spielen müssen in der zweiten Liga. Er ist eigentlich, technisch hat er eine feine Klinge, wenn er auf so einer Position spielt, wie soll ich das beschreiben? Vielleicht so eine Doppelacht, wo er einen schnellen Sturm vor sich hat und lange, tiefe Bälle spielen kann, wo er den Raum kriegt. Jetzt nicht in einer Mannschaft, wo du auf eine tiefe Abwehrkette zuläufst, sondern auf eine Mannschaft, wo du wirklich viele Räume hast. Also als Beispiel, das wird niemals passieren, aber so wie Kolomuani gelaufen ist, den hätte er perfekt in Szene setzen können eigentlich, wenn er so einen Gegenpart hat. Auf dem Flügel sehe ich ihn eigentlich überhaupt nicht. Er bringt auch nicht genug gegen den Ball mit, deswegen wird es auch schwer mit zweiter Liga. Aber tendenziell würde ich ihn deshalb eher bei so einer Zweitligamannschaft sehen, die vielleicht ganz, ganz schnelle Spieler hat in Deutschland. Niederlande und Belgien könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Er ist trotzdem kein schlechter Fußballer und menschlich, ich finde ihn eigentlich total sympathisch. Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen, ist, glaube ich, ein super Typ. Es ist halt die Frage, wie es von der Teamchemie passt. Und ja, wenn du so eine Kämpfer-Truppe bist, dann muss er entweder der Feingeist in dem Sinne sein und du musst ihn halt einfach austrainieren, dass er nicht in gewissen Situationen, wenn es um viel geht, anfängt mit Hackenspitze 1, 2, 3. Weil das macht wirklich, das hat mich wahnsinnig gemacht und das macht auch jeden Trainer, glaube ich, wahnsinnig sowas, wenn du den Ernst der Lage einfach nicht erkennst als Spieler. Aber eigentlich ist er trotzdem weiterhin kein schlechter Spieler, er hat es bei uns halt nie auf den Platz gekriegt. Aber wenn, dann würde ich den auf so einer, ja, 8er, 10er Position sehen, vielleicht auf so einer Doppelzehn, wo er auch nicht so viel zu tun hat nach hinten und wo er dann für das Umschaltspiel verantwortlich sein kann. Ich glaube, wenn, dann kann er auch nur im offensiven Bereich, in der Kreativität, offensiver 8er oder eben 10er spielen. Und du musst halt ein Verein sein, der sich das irgendwo dann auch erlauben kann, ihm diese Räume zu geben. Genau. Und ich glaube auch, ich habe damals ja auch gesagt, ich fand den Fußballerisch, ich hätte ihn damals gerne als Kreativlösung für uns sogar genommen gehabt, weil ich einfach auch sage, er bringt grundsätzlich viel mit. Jetzt ist halt so ein bisschen auch die Frage, guck mal, wir haben gerade auch Länderspielpause, das ist eigentlich so ein super Zeitpunkt, um nach Deutschland gerade zu wechseln. Also, er hat ja bei Hertha gespielt, aber so grundsätzlich und es taucht ja nichts auf bei ihm. Es gab mal so ein Durchschnitt aus Griechenland, aber das ist auch schon lange. Ja, bin ich sehr gespannt, wer den am Ende verpflichten wird. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er mit 29 keinen Verein findet. Da wäre dann auch so beratertechnisch einiges schiefgelaufen, wenn er jetzt wirklich gar keinen findet. Oder die müssen vom Gehalt halt runter, aber... Wer macht denn sowas, dass er dann geht, ohne was in der Hinterhand zu haben? Also, ich weiß sowieso nicht, was der für einen Berater hat. Letztes Jahr, das darf man auch nicht vergessen, war er sehr, sehr lange vereinslos. Da hat er sich, glaube ich, bei Ferienort fit gehalten, einer seiner Clubs, wo er früher mal gespielt hat, wo wir dann immer so gesagt haben, warum wollen die den eigentlich nicht haben und so weiter. Gut, jetzt sind die auch ziemlich gut im Moment, aber das hat letztes Jahr schon lange gedauert und diese Saison war wirklich alles andere als eine gute Werbung für den. Also, da werden viele, das ist halt das Problem, da werden halt viele Vereine, die so aus dem... Ja, die so sagen, wir spielen gegen den Abstieg, die werden wahrscheinlich lieber die Finger von lassen nach so einem Jahr. Ja. Und das ist halt die Frage jetzt. Aber eigentlich kein schlechter Spieler muss... Ich glaube, der braucht komplett... Deswegen hat der, glaube ich, bei Mainz so gut geklappt. Der braucht ein komplett perfekt ineinandergreifendes System, wo ab und an auch Leute für ihn arbeiten und wo der Trainer ihm auch genau sagt, ey, das machst du nicht so und das machst du so, ne? Er hat halt Schwierigkeiten in der Konzentration und in seinem Passspiel und so. Ja, nee, ist auch so. Ja, schreibt mal rein, wo wir ihn sehen werden. Und dann gehen wir zu den letzten Spielern. Ihr seht, wir sind jetzt oder gehen jetzt praktisch vom Marktwertregal immer einen Tick höher. Aber die letzten Spieler sind alle, zumindest mal marktetechnisch, noch mal ein bisschen höher angesiedelt. Aber trotzdem alle, auch denkbar erste und zweite Liga, fangen an bei Timo Horn, wo ich wirklich überrascht bin, dass der immer noch ohne Verein ist aktuell. Ey, ich sage dir, wenn wir nicht Andi Menge als Torwarttrainer hätten, wäre der schon längst bei uns. Ja. Sag ich dir ehrlich. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Der hat ein Interview gegeben, habe ich gelesen, unter der Woche, dass es auch in der zweiten Liga geile Vereine gibt. Ja. Und dass er da gar nicht abgeneigt ist. Der bringt eine mega Erfahrung mit, ist jetzt am Ball vielleicht jetzt nicht der geilste, aber ist eigentlich ein super Keeper. Ich weiß noch, der ist auch noch nicht alt. Ist der 29 oder 30? Der ist 30 jetzt, aber der ist im Mai 30 geworden. Ist ja beim Torwart kein Alter. Nee. Mega viel Erfahrung. Was man immer so gehört hat aus Köln, das kannst du wahrscheinlich noch besser sagen, ein unfassbar wichtiger Typ für eine Mannschaft, auch in der Kabine und so weiter. Aber man hat auch wirklich, der hatte ja diese krasse Liebe auch zu Köln, obwohl er dann Nummer zwei wurde, nie so wirklich gemerkt ist, der da Stunk gemacht hat, im Gegenteil. Also ein fantastischer Kerl, ein super Keeper, sowohl für die Bundesliga als auch für die zweite Liga. Und da gibt es auch Vereine, ich weiß jetzt nicht, ob er auf so eine Vereine so viel Bock hätte, aber zum Beispiel Gräuter Fürth bin ich auch nicht so ganz überzeugt von den Keepern. Von Holstein Kiel, den Keepern bin ich auch nicht so ganz überzeugt. Könnte ich mir vorstellen. Ansonsten, ja, Hertha, weiß ich nicht, wie das mit Andi Menger wäre, aber wenn jetzt Gersbeck nicht zurückkommt, könnte ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, weil der wäre der perfekte Gegenpart für Tiag Ernst, finde ich, dass die beiden sich so duellieren. Ausland war ja auch schon mal im Gespräch bei ihm. Florenz. Florenz, da ist ja dann Christensen hingegangen. Da muss ich ehrlich sagen, gut, Christensen ist der jüngere Keeper, wo man vielleicht noch Potenzial für Entwicklung sieht, aber also Stand jetzt ist Horn der bessere Keeper. Also ich weiß jetzt nicht, wie er jetzt gerade ist. Er hat ja letztes Jahr, glaube ich, nur im DFB-Pokal gespielt, wo die dann direkt rausgeflogen sind. Das war natürlich auch bitter, er sollte ja der Pokaltorwart sein. Aber ich bin eigentlich ein großer Fan von Timo Horn. Seit Schalder es ja letztes Jahr komplett gar nicht gespielt hat, aber der ist ja an sich, ist der ja fit und der ist ja da. Es ist ja wirklich einfach nur so, dass Schwebe vor ihm jetzt war, so, bis halt dann, es ist halt für ihn persönlich ärgerlich, sage ich mal, gewesen. Er hat ja auch gesagt, dass er jetzt geht, um auch irgendwo mehr Spielzeit, also er will hauptsächlich Spielzeit. Ich glaube auch nicht, dass es bei Horn am Geld scheitert. Er hat insgesamt bei Köln 329 Partien, 449 Gegentore bekommen und 91 Spiele zu null gespielt. Also fast 100 Spiele von 300 zu null, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht als Grundwert. Liegt auch daran, dass der zwischenzeitlich, der war ja damals mal sogar ein Thema, wo du gesagt hast, Nationalmannschaft U21 hat er gespielt, vier Spiele. Und das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland einfach auch extrem gute Keeper haben. Das ist halt immer so. Aber bei Horn weiß ich auch noch, da gab es damals auch immer so welche, die gesagt haben, weil er zu klein ist, weil er manchmal so ein bisschen so gegangen ist, aber der ist 1,92. Also wenn ihr da vor ihm dann steht, dann seht ihr erstmal, so klein ist der eigentlich gar nicht. Das ist, ja. Er hat einen Makel von 1,5 Millionen, bringt eine Bundesliga-Erfahrung natürlich auch mit von 201 Spielen, 98 Spielen auch in der zweiten Liga, das ist alles nicht so verkehrt. In der zweiten Liga kann man übrigens auch mal sagen, hat er in 98 Partien 97 Gegentore bekommen, was eine sehr gute Quote ist und jetzt noch besser, 36 von den 98 zu null gespielt. Also das ist für die zweite Liga ein brutaler Wert und dass er jetzt auch selber die Tür für die zweite Liga aufgemacht hat, ist eigentlich auch sehr interessant. ist ein Keeper, wo ich auch mir vorstellen kann, wenn sich gewisse Keeper in der Bundesliga jetzt verletzen würden, würde man vielleicht auch nochmal auf den Horn zurückgreifen. Die Sache bei ihm ist halt auch, ich glaube sogar, ich wage mich aus dem Fenster zu lehnen, dass es Angeholtes aus der Bundesliga gab, aber er will halt spielen. Ja, sonst hätte er bei Köln bleiben können. Richtig, genau. Und dann hätte der, und bei Köln war er ja glücklich und wurde geschätzt, jetzt nicht mehr von allen Fans, muss man so sagen, ja auch, weil er halt dann einfach, ja, war ja nicht mehr die Eins, so. Dennoch hatte der ein hohes Standing und für die Kabine, du hast gerade eben auch schon angesprochen, waren Hector und Horn schon Verlust auch für Köln. Und ich persönlich wünsche ihm nur das Beste und kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er auch jetzt einen Verein demnächst auch finden wird noch. Also man weiß es ja immer nicht so genau, aber was ich halt gelesen hatte, das Gehalt bei Köln war schon happig. Und du weißt natürlich immer nicht, weil eigentlich wäre ich schon davon ausgegangen, dass er schon einen Verein findet, auch international vielleicht, sonst Italien oder was weiß ich wo. So einen mittelklassigen Verein, wo er dann Stammkeeper werden kann. Aber man weiß halt immer nicht, wie viel Gehalt will er jetzt wirklich haben. Die pokern ja dann auch. Die sagen, ey, wir sind Free Agent, wir wollen vielleicht ein höheres Handgeld oder was weiß ich. Ich bin gespannt, wo er am Ende landet, aber wichtig ist, dass er jetzt auf jeden Fall irgendwann dann mal einen Klub findet, weil jetzt als Nummer 1 zu wechseln, wird sowieso schwer. Weil die meisten Klubs sind ja durch mit der Planung, es sei denn, da hat sich irgendeiner verletzt kurzfristig. Aber ich bin gespannt, wo er am Ende landet. Ich auch, da bin ich sehr gespannt. Aber ich würde ihm auf jeden Fall wünschen, dass das alles funktioniert. Ja, der nächste Spieler, zu dem wir kommen, der hat bei uns beiden schon gespielt. Ishak Belfuldil. Zuletzt gespielt bei, ach du Scheiße, warte mal. In Katar war das, ne? Ja, Al-Garafa-SC. Ja, Al-Garafa, die alte Giraffe. Das steht da. Hat einen Markt von 1,7 Millionen, ist 1,92 groß. Sein höchster Marktwert war tatsächlich bei Hoffenheim, 15 Millionen, das ist tatsächlich auch ein krasser Wert, ist auch bekannt als absoluter Wandervogel. Deswegen können wir den hier auch absolut mit reinnehmen, weil der hat gefühlt überall schon gespielt und es ist auch vorstellbar, dass er überall spielt. In der Bundesliga hat er 99 Partien gemacht, 25 Tore, 10 Vorlagen. Für Werder 29 Spiele, 6 Tore, eine Vorlage. Für Hertha ein Spiel mehr, 30 Partien, 6 Tore, 3 Vorlagen. Er hat es auch mit seinen, der war irgendwo da eine 6 dabei irgendwie, weiß auch nicht. Und für Hoffenheim, da hat er 60 Spiele, 18 Tore und 8 Vorlagen. Ja, ist ein Spieler, der auf jeden Fall, also für die Bundesliga sage ich auf keinen Fall mehr, aber ich sage, für die zweite Liga kann es interessant sein. Ich finde den eigentlich richtig krass. Ich würde den auch in der Bundesliga noch sehen. Der ist für mich, jetzt nicht lachen, ganz, ganz unteres Level, aber ein bisschen wie Ibrahimovic vom Spielertyp, weil er ist vom Spielertyp. Ja, ja. Der hat sich ja auch entwickelt. Bei Hertha zum Beispiel ist er jetzt extrem zu einem Spieler geworden, der im Sturm gespielt hat, ganz, ganz oft auf die Außen ausgewichen ist und extrem ballsicher war. Ja, ein bisschen oft stand er mir im Abseits, aber sehr, sehr ballsicherer Stürmer. Nicht mehr so der, der jetzt die Tore immer zwangsläufig selber macht, sondern auch den vorletzten oder letzten Pass spielt. Könnte ich mir auch gut in einem Doppelsturm vorstellen. Sehr gute Technik. Ich habe aber, das fällt mir jetzt erst gerade wieder ein, wo wir drüber sprechen, deswegen hatten wir auch ein paar andere Spieler nicht erwähnt. Ich hatte aber, glaube ich, gelesen, dass der auch schon wieder irgendeinen Skandal hatte mit, ach, weißlicher Gewalt oder so. Das wird dann auch dann wieder doppelt schwierig. Also, es ist jetzt nichts groß bei rausgekommen, wurde, glaube ich, alles zurückgezogen, soweit ich weiß, aber das wird dann wieder doppelt schwierig. Ich weiß auch nicht, was der jetzt in Katar da gemacht hat. Ein Jahr lang war er ja da. Und das ist halt ein Wandervogel, der geht halt immer dahin, wo es schnell das meiste Geld gibt. Der hatte auch bei Hertha vier Millionen Gehalt, also nicht von Hertha. Die Hälfte hat Hoffenheim bezahlt. Der hat immer krass viel Geld auch verdient irgendwie. Wie lange war der bei euch? Ein Jahr oder zwei? Nein, ja, war der bei uns. Aber das war ja auch, für die Laie war es okay, sagen wir mal so. Ähm, aber ja, der hat jetzt in seiner letzten Saison in der Stars League acht Sympathien gemacht, sechs Tore, drei Vorlagen. Das ist halt, ja, das ist halt, also ich gucke jetzt hier auch gerade nochmal, wir haben damals eine Leihgebühr von 500.000 mitzahlt, dafür war es vollkommen okay. Der war auch ballsicher bei uns, das muss man sagen, der hatte einfach eine gute Ballkontrolle. Ähm, der hat auch manche Läufe mit, weil bei ihm sehen zwar so ein bisschen komisch aus, aber da war schon auch Tempo und Wucht hinter, so ein Brecher war der halt dann auch teilweise. Aber da sage ich halt auch, wenn die einmal da hingehen, in die Richtung Katar, Saudi etc., wird es extrem schwierig, nach so einem Jahr oder auch zwei Jahre wieder zurück nach Deutschland zu kommen oder auch allgemein in Europa Fuß zu fassen. Deswegen ist es ja auch bei Younes zum Beispiel schwer, aber ja, ich weiß nicht, ob er da noch so viele Befürworter hat in Deutschland. In der Bundesliga, wie gesagt, würde ich persönlich ausschließen, dass von da aus jetzt nach der Saison in der Bundesliga die Tür aufgemacht wird, zweite Liga schon eher. Gehalstechnisch bei so Spielern, wenn die auch vor allen Dingen da waren oder auch in den letzten Jahren, dann sind die im Normalfall finanziell durch, dann haben die diese Planung, die ist da. Entweder haben die dann noch Bock, Fußball zu spielen oder nicht, die müssen so oder so verzichten. Also das wissen die Spieler dann auch. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt immer dabei hängt. Das wird eigentlich von den Beratern dann auch so kommuniziert. Zum Beispiel bei Katar zu Bremen war es auch so, dass Bremen Katar gar nicht auf dem Schirm hatte, weil man so Spieler bewusst ausschließt wegen dem Gehalt und wirklich mal auf Werder zugegangen ist und gesagt hat, ey, ihr könnt den holen, weil dem ist der Gehalt total egal gerade oder völlig zweitrangig. Er will in erster Linie spielen. Und deswegen war halt auch dieser extreme Gehaltsverzicht, den Cater gemacht hat, gar kein Thema. Der hat gesagt, ja, ich will ja Fußball spielen jetzt. Und wenn du so einen Spieler findest und gerade vereinslose Spieler, die jetzt immer noch keinen Verein haben, müssen von den Gehaltsforderungen so oder so runter. Ich sage auch, dass die meisten dazu bereit sind. Der hatte ja auch jetzt nur ein Jahr in Katar gespielt. Ich frage mich, was sie dem da geboten haben. Weil der wollte ja, also der wollte auch bei Hertha halt nicht auf Geld verzichten, weil wir konnten natürlich keine vier Millionen bezahlen. Also vielleicht hätten wir ihm 1,5 oder 2 bezahlt. Also vielleicht hätte ich nicht, was der da verdient hat, aber das wird wahrscheinlich ordentlich gewesen sein. Das, davon gehe ich aus. Und Handgeld ist da ja auch üppig meistens. Und netto. Ja. Ja, das macht extrem viel noch aus. Vor allem, wenn du vorher in Deutschland gespielt hast. Das muss man ja auch noch sagen. Ja. Jetzt gehen wir zu Berisha. Den kennen auch vielleicht viele noch von R.W. Salzburg sogar oder auch von Düsseldorf. Valon Berisha. 30 Jahre jung ist er. 1,76 groß. Hat einen Marktwert von 1,8 Millionen immer noch. Kann im zentralen Mittelfeld, linken Mittelfeld sowie im kompletter 6er, 8er Bereich sogar eher offensiverer Part, sage ich mal, spielen. Seinen höchsten Marktwert hatte er damals gehabt bei R.W. Salzburg. Dort hat sein Marktwert eben eine Spitze gehabt von 10 Millionen Euro, was ordentlich ist. Hat insgesamt in der Bundesliga 13 Partien gemacht. Eine Torvorlage dabei erzielt. In der österreichischen Bundesliga hat er 167 Partien gemacht. 31 Tore und 51 Vorlagen. Was an sich auf jeden Fall mal ein guter Wert ist. Und ja, was sagst du denn zu Berisha? Kann offensiv überall eingesetzt werden. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe den gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich erinnere mich noch an den Namen und an Düsseldorfer. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was seine Stärken und seine Schwächen waren. Deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wo der vielleicht landen könnte. Aber du hattest sehr direkt mit dem eine Assoziation. Deswegen überlasse ich dir da gerne mal. Der ist im Prinzip eigentlich, so wie wir gerade eben auch mal über Younes geredet haben. In so eine Richtung kannst du auch einen Berisha hier zuordnen. Absolut sogar zuordnen. Auch niedriger Körperschwerpunkt ist sehr, sehr eng am Ball meistens. Also technisch hat er damals zumindest einiges drauf gehabt. Der hat ja zuletzt jetzt bei Melbourne gespielt. Dort hat er 24 Partien gemacht, ein Tor und fünf Vorlagen erzielt. Und in den League Finals hat er drei Spiele gemacht und dort auch nochmal zwei Vorlagen. Also er kommt aus dem laufenden Wettbewerb, was an sich eigentlich für einen ablösefreien Spieler immer gut ist. Also dass er jetzt nicht irgendwie ein Jahr gar nicht gespielt hat oder so, haben wir ja auch schon die Sachen gehabt. Und die letzte wirkliche Verletzung war in der Saison 21, 22. Also auch keine großen Verletzungen oder so, die du dir dann reinholst erstmal im ersten Moment, was immer gut ist. Hatte eine Knie-OP damals gehabt, wo er lange ausgefallen ist. Die war aber in der Saison 18, 19. Also wirklich weit weg. Und ich kann mir bei ihm sehr, sehr gut vorstellen, dass er zum Beispiel in die zweite Liga geht, wenn er sagt, ich will einfach wieder Fußball spielen. Hat ja wie gesagt bei Düsseldorf damals auch gespielt gehabt, nur halt in der Bundesliga. Das war das Jahr, wo Düsseldorf dann in der Bundesliga war, 19, 20. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man, wenn ein Zweitligist sagt, wir wollen einen kreativen Mittelfeldspieler, den du eigentlich offensiv überall einsetzen kannst. Der hat auch alles, wirklich alles schon gespielt. Zentrales Mittelfeld, links Mittelfeld, offensives Mittelfeld. Alle diese Positionen hat er über 70 Spiele gemacht. Links, außen auch nochmal 19, hier, der kompletten Sechs hat er auch acht Spiele gemacht. Also er kann alles irgendwie spielen im Mittelfeld und dann nach vorne. Proivalent. Ja genau, was auf jeden Fall eine Stärke von ihm ist, ist halt eben die Spieleröffnung. Er sieht auch die Mitspieler, er kann den Ball verteilen. Frage ist, in welchem Zustand ist er jetzt gerade. Aber da spricht er zumindest mal dafür, dass er eine komplette Saison gerade durchgespielt hat. Also 24 Spiele hat er zumindest dort gemacht. Ein Tor, fünf Vorlagen ist absolut in Ordnung für einen zentralen Mittelfeldspieler. Ja, ich denke, also für die Bundesliga glaube ich es nicht, dass er da gerade fit genug für ist. Aber in der zweiten Liga, glaube ich, wäre das eine gute Verstärkung für den einen oder anderen Verein, der wirklich nach so einem Kreativspieler vielleicht noch sucht und jetzt jemanden verpflichten kann, der eben keine Ablöse kostet. Und bei Bericher kann man auch davon ausgehen, dass das jetzt zumindest mal nicht so vom Gehalt so teuer noch mehr wird. Ich glaube, dass der vorzugsweise auch einfach jetzt spielen will. Ja, okay, interessant. Mal gucken. Genau. Und dann kommen wir zum nächsten Spieler. Der bringt wahnsinnig viel Bundesliga-Erfahrung mit. Hat sogar noch Markte von zwei Millionen Euro. Ist aber auch mittlerweile 32 Jahre alt oder jung, wie auch immer man es sehen will. Und wird diesen Monat noch 33. 1,88 groß. Franzose hat für die französische Nationalmannschaft ebenfalls sieben Spiele gemacht. Und das als Hauptposition Sechser. Die Rede ist von Guilla Vougui. 207 Bundesliga-Spiele, die er mit sich bringt. Neun Tore, vier Vorlagen. Hat letzte Saison allein noch 23 Partien gemacht für Wolfsburg. Obwohl er vor der Saison eigentlich aussortiert war, ganz wichtig auch nochmal zu erwähnen, war er davor verliehen an Bordeaux und hat sogar ein Tor letzte Saison gemacht. Das war übrigens ausgerechnet gegen Bremen. Das war nicht so schön natürlich. Aber der bringt sehr viel mit sich. Denn Guilla Vougui kann sowohl auf der sechsten Position als auch in der Innenverteidigung spielen. Was natürlich wieder sehr, sehr gut ist für eine Kaderbreite, wenn du so jemanden hast. Ein so erfahrener Spieler, der ein Spiel eigentlich ganz gut eröffnen kann, der ein Spiel gut lesen kann. In den Zweikämpfen auf jeden Fall da ist. Unangenehm gegen ihn eigentlich zu spielen. Und hat in der Innenverteidigung auch schon, rechter Innenverteidiger, zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette, sehr gut gespielt. Und wie gesagt, auch auf der sechsten Position, wenn du wirklich defensiven, erfahrenen Mann haben willst. Immer war ein Thema. War auch lange in Verbindung. Letzte Saison schon mit Stuttgart. Sollte ja sogar im Halbjahr mal kommen. Dann hat Wolfsburg sich quergestellt. Jetzt ist er eben ablösefrei. Und mich wundert so ein bisschen aktuell, dass noch keiner zugeschlagen hat. Weil er, wie gesagt, kommt aus dem laufenden Wettbewerb. Er ist eigentlich fit. Ja, bringt extrem viel Erfahrung mit sich. Würde mich wundern, wenn der keinen Verein findet. Für mich bleiben auch eigentlich nur Frankreich oder Deutschland. Also so als Länder jetzt mal. War wohl auch zumindest mal ein Gerücht bei Hertha, muss man mal dazu sagen. Und hätte auch durchaus ins Profil gepasst. Genau wegen dem, was du gerade erwähnt hast. Letztes Jahr noch Stuttgart interessiert. Die haben jetzt da deutlich jünger sich auf den Positionen verstärkt. Aber ja, war nicht umsonst ein ganz, ganz entscheidender Spieler. Auch ganz lange in Wolfsburg. Und ich sehe das auch. Bundesliga, zweite Liga, französische Liga. Und mit 32, der ist ja jetzt keine 38 oder so. Also der kann schon noch spielen. Der bringt jetzt nicht das größte Tempo mit. Aber der hat seine Stärken im Stellungsspiel, im Spielaufbau, in der Positionierung, ohne Ball. Also ich finde ihn schon eigentlich ziemlich gut im Zweikampfverhalten. Wundert mich auch ein bisschen, dass da noch gar nichts passiert. Also bei so einem Spieler normalerweise, gut, die Frage ist auch wieder da, was möchte er gerne verdienen. Ich meine, bei Wolfsburg wird er nicht schlecht verdient haben. Dem geht es nicht um Geld, hat er sogar selber mal irgendwie gesagt. Hat er gesagt, ja. Ja, wo der nach Bordeaux ausgeliehen worden ist. Er hat gesagt, er möchte jetzt einfach wieder spielen. Und das ist ihm halt das Wichtigste, in so seinem Gebrochenen dann. Also gerade für Mannschaften, die einen jungen Kader haben. Deswegen war ja auch Hertha für mich ein interessantes Gerücht, sage ich mal. Gerade Mannschaften, die einen jungen Kader haben, wo er dann dieser Anker sein kann. Egal, ob jetzt in der Innenverteidigung oder auf der Sechserposition. Da ist er ja eigentlich Gold wert. Absolut. Wie gesagt, der bringt halt so extrem viel auch mit sich, muss man auch mal so sagen. Mich würde es schwer wundern, wenn der am Ende noch vereinslos bleiben sollte. Ja, auch wieder jemand, wo man dann auch sagt, als erfahrenen Backup, auch für die Innenverteidigung. Super interessant für viele Bundesligisten. Selbst als Backup für Bremen auch nicht uninteressant eigentlich. Ja, Gilavu-Gi. Also, wie gesagt, es würde mich sehr wundern, wenn er ablösefrei bleibt. Der nächste Spieler, zu dem wir kommen, sage ich persönlich, ist der interessanteste Spieler von allen bis jetzt. Weil er noch so viel Potenzial nach oben hat. Er extrem jung noch ist und eigentlich Ansätze schon hatte, die sehr, sehr interessant waren für viele. Und zwar reden wir jetzt über Koulibaly, der letzte Saison noch bei Stuttgart gespielt hat. 22 Jahre jung ist er erst. Also, wir reden überhaupt noch nicht von einem fertigen Spieler, sondern wirklich von einem Talent eigentlich noch. 2,5 Millionen Marktwert hat er, ist Franzose. Seine Hauptposition ist rechts außen. Er kann aber eben auch im Sturm spielen und auf beiden Schienen spielen. Ist natürlich hauptsächlich der offensive Part. Allerdings, wir erinnern uns auch mal an einen Spruch, den damals Jürgen Klopp gesagt hat. Wenn du auf der Schiene einen Spieler hast oder einen Verteidiger, such dir einen Offensivspieler, dem du das Verteidigen beibringst. Andersrum ist es schwieriger. Also einen Verteidiger zu haben, der nach vorne was macht. Und ich sage, für Mannschaften, die Dreierkette spielen und auf der Schiene einen offensiven Part brauchen, sehr interessant. Bringt viel Tempo mit, trickreich, sucht den Weg zum Tor. Manchmal noch zu viel spielt, also bleibt dann so ein bisschen irgendwie im Ball, verdribbelt sich. Aber er ist halt auch 22, was soll man da auch erwarten? Also wenn er jetzt alles könnte, als Franzose, wäre er auch nicht vereinslos. Kann aber eben auch im Sturm eingesetzt werden. Für mich persönlich ist das ein Kandidat, wo ich sage, da muss aus meiner Werder-Sichtweise Bremen eigentlich ihn auch auf dem Schirm haben. Weil er eben als Backup für Weiser, um ihn einfach zu entlassen und ihn mal einzuwechseln, dass du da halt, weil wir wechseln ja Weiser oftmals auch aus. Könntest du ihn reinbringen für Schwung auf Außen, einfach nochmal Tempo nach vorne machen. Und auch in der Doppelspitze, wenn du den reinbringst, als eben schnellen Part neben einem richtigen Stürmer, kann ich mir richtig gut vorstellen. Auch bei einigen anderen Bundesligisten, jetzt bremen wir jetzt nur ein Beispiel hierbei. Hat vorne auch schon alles gespielt. Also Mittelstürmer, Hängenspitze, offensives Mittelfeld, links außen, rechts außen, linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld. Hat er alles gespielt. Hat bei Stuttgart in der letzten Saison allein noch vier Tore erzielt. Also 14 Spiele. Alle als Joker gekommen in den 14 Spielen. Und hat dabei vier Tore noch erzielt, was ein guter Joker-Wert ist. Ja, wie gesagt, in Ansätzen ganz, ganz viel gezeigt. Super interessant. Absolut ausbaufähig noch. Frage ist hier halt wirklich nur, welcher Verein ist für ihn dann auch interessant, sag ich mal. Wo will er auch hin? Wurde man in Verbindung gebracht mit Hoffenheim? Lange Zeit. Dann abgeflacht. Und Olpen wurde man in Verbindung gebracht. Da sind wir wieder bei der Belgische Liga. Die Belgische Liga baut auch irgendwie auf, so in den letzten ein, zwei Jahren, habe ich das Gefühl. Ja, was sagst du denn zu Koulibaly? Ja, Belgische Liga ist auch ein guter Zwischenschritt. Ja, Koulibaly kann ich allem nur zustimmen, was du gesagt hast. Das bringt halt vor allem auch dieses Tempo einfach mit rein, was super geil ist, wenn du so einen Spieler einwechseln kannst. Ich hatte mich mit vielen Stuttgartern unterhalten, weil ich den auch natürlich für Hertha auf dem Schirm hatte. Ist ja ablösefrei. Noch jung, Entwicklungspotenzial. Weil wenn so ein Spieler mal eine Saison, der braucht ja nur eine Saison in der Bundesliga oder so mal komplett abgehen, dann ist der ja direkt 20 Millionen wert. Das ist ja einfach nur mal so bei diesen Spielertypen und dann auch aus Frankreich. Das Problem hat manche Stuttgarter gesagt, ja, der scheint wohl auch nicht der Disziplinierteste zu sein und hat auch nicht so wenig, wie man jetzt vielleicht vermuten könnte, Stuttgart verdient. Aber ich sage auch, also wundert mich, dass so ein Spielertyp, der auch letztes Jahr, wie du gesagt hast, seine Joker-Qualitäten ja gezeigt hat, so flexibel einsetzbar ist. Also du brauchst ja jetzt nicht mal sagen, ja, wir brauchen keinen Rechtsaußen. Der kann auch woanders spielen als Rechtsaußen. Deswegen wundert es mich wirklich ein bisschen, dass der ablösefrei ist. Du weißt nicht, was da für ein Berater ist, was die für ein Geld rausholen wollen. Könnte mir auch gut vorstellen, dass er diesen Zwischenschritt Belgische Liga macht. Wie viele Deutsche haben das gemacht, ob wir jetzt über Dorf sprechen oder auch Maximilian Philipp. Nee, andersrum. Philipp Max. Ich wechsle immer die Namen. Philipp Max, auch über Belgien. Nee, der war in Holland. Sorry, jetzt bringe ich ja alles durcheinander. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall könnte er auch diesen Schritt natürlich machen oder zurück nach Frankreich gehen. Aber eigentlich hätte ich schon gedacht, dass da viele deutsche Klubs dem auf dem Schirm haben. Ich habe den so oft in der Bundesliga gesehen, wo ich dachte, boah, wenn der noch einen Schritt mehr macht, dann haben die ja schon den nächsten Silas quasi. Also von seinen guten Zeiten von Silas, der jetzt auch wieder ziemlich gut ist. Ja, ich bin gespannt. Es ist eigentlich auch ungewöhnlich, dass man so einen Spieler in dem Alter ablösefrei abgibt. Also, dass man den Vertrag nicht verlängert. Ja, das ist halt so das, wo man dann auch meistens sagt, er muss einen Haken geben. Aber ich glaube, da gibt es wirklich viele Pros, die man da mit berücksichtigen muss oder sollte. Ist einfach vom Alter her einfach auch wahrscheinlich der interessanteste von all den Spielern. Zumal er auch direkt einen Wert mit sich bringt. Also, du hast ja gerade selber schon gesagt, spielt der eine richtig gute Saison, dann hast du da schon ein Jackpot rausgezogen. Wenn sein Gehalt jetzt nicht zu hoch ist, ist für manche Vereine allein vielleicht schon das Risiko wert. In Anführungszeichen Risiko, weil er ja wirklich einfach viel mitbringt. Ja, jetzt haben wir einen Spieler mit Abstand den meisten Marktwert. Er ist trotzdem jemand, der für Deutschland sehr interessant sein könnte, für die Bundesliga. Zweite Liga eher schwieriger, weil da müsstest du ihn schon, glaube ich, schwer überzeugen. Und er müsste auch schwer vom Gehalt runter. Allerdings hatte er auch einige, einige Ausfälle. Und das ist auch so der Karriereknick, sage ich mal, bei ihm gewesen. Weil er ist eigentlich vom Profil her ein super interessanter Sechser. Und zwar reden wir von Jibbe Maud, der einen Marktwert von 4,8 Millionen immer noch mit sich bringt. Und jetzt kommt, er ist immer noch erst 27 Jahre. Man kennt ihn schon ewig. Er ist aber erst 27 Jahre, bestes Fußballalter, 1,86 groß, hat in der vergangenen Saison viele kleinere Verletzungen gehabt. Ist mal elf Tage ausgefallen, mal vier, mal 13, mal vier, mal fünf. Das war's, es sind, wie gesagt, kleinere Verletzungen gewesen. Hat er maximal mal sechs Spiele verpasst, sonst eigentlich immer ein bis zwei. Also jetzt nicht irgendwie, dass man, ne. Hat allerdings davor bei Everton ganz, ganz dunkle Zeiten miterlebt. Hatte eine Oberschenkelverletzung, 229 Tage raus. Kam wieder Achilles sehen an Riss, 309 Tage raus. Das sind einfach 51 Partien, die er da gefehlt hat. Und dann, praktisch nochmal ein Jahr später, Innenbandverletzungen, nochmal 81 Partien raus. Das ist natürlich ein absoluter Schock und mega, mega schwer, wenn du dann überlegst, dass davor die Jahre immer nur ein, zwei Spiele haben wir mal verletzt. Diese klassischen Fußballverletzungen. Und dann fehlst du da so lange. Trotzdem hat er in der vergangenen Saison 19 Spiele gemacht in der Super League. Für Trabzanspor eins auch noch im Pokal gemacht. Vier in der Europa League. Also zumindest kam er mal auf 24 Partien in der letzten Saison. Wenn auch gleich nicht alle durch oder vor allem voran. Trotzdem hat er diese Einsatzzeiten sich jetzt wieder geholt. Kriegst du ein Gilbert Maud wieder richtig fit, ist der Junge natürlich immer noch, hat er einen extrem hohen Mehrwertfaktor. Auch wenn er diese Verletzungsreise mit sich bringt, hat auch in der Bundesliga 86 Partien, drei Tore, vier Vorlagen gemacht. War, ich denke mal, den meisten bekannt aus eben Mainzer Zeiten. Da ist er halt eben auch an seinen Peak gekommen sozusagen. Oder da hat er auf sich aufmerksam gemacht. Ist dann eben auch damals von dort aus rüber gewechselt. Ich gucke jetzt hier auch nochmal nach, was haben sie bezahlt? 25 Millionen. Ja, das ist natürlich auch ein Brett. Sein höchster Marktbett war mal bei 30 Millionen. Und was sagst du denn zu Jabber Maud? Ja, aber für Mainzer Verhältnisse, die haben auch viel in ihm damals schon gesehen, weil die haben für einen jungen Spieler 5 Millionen ausgegeben für so eine Position. Das ist schon für Mainzer Verhältnisse auch dann damals noch mehr echt viel Geld. Aber der war in der Bundesliga echt stark. Ist halt auch wieder so ein Spieler, der relativ flexibel einsetzbar ist. Hat ja schon alles da gespielt im Zentrum in Verteidigung. Sechser, hat auch Achter öfter mal bei Mainz gespielt, kann ich mich noch erinnern. Und ja, halte ich auch für einen sehr, sehr guten Spieler. Passsicheren, robusten Spieler, der die Bundesliga kennt. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, wenn er dieses Verletzungspäch nicht gehabt hätte, dann wäre die Karriere jetzt auch ganz anders bisher verlaufen. Hundertprozentig. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber es ist halt immer noch erst 27. Hat, glaube ich, sogar auch Rechtsverteidiger schon gespielt. Musste dann halt gucken, in was für einem System. Nationalspieler, Elfenbeinküste ist er auch. Auch früher hat er ja für Frankreich, für die U-Nationalmannschaften gespielt. Also, ja, ist halt die Frage, weil er bestimmt auch vom Gehalt nicht ganz günstig ist und da bestimmt auch schon so seine Vorstellungen hat. Er kennt Premier League-Gehälter und so weiter. Was ist er bereit zu verzichten? Welcher Verein traut sich das mit ihm nochmal zu? Wer hat da Bedarf und sagt, ja, Verletzungshistorie, aber der ist uns so wichtig, dass wir diesen Spieler bekommen, dass wir dieses Risiko mal eingehen. Das ist halt so die Frage, wer das erpokern will. Allein deswegen muss er wahrscheinlich auf Gehalt verzichten, ordentlich, damit ein Verein dieses Risiko eingeht. Aber du siehst es ja da dran, dass er immer noch einen Marktwert von 4,8 Millionen geschätzt hat, trotz dieser vielen Verletzungen. Dass wenn der funktioniert bei dir in der Mannschaft, so wie es bei Mainz eben der Fall war, dann ist er halt ein Mega-Mehrwert, auf den auch viele aufmerksam werden und hat immer noch einen Weiterverkaufswert auch. Ja, weil er da eben jetzt auch im besten Fußballer-Alter ist. Es wäre nächste Saison, dann am Ende der Saison wäre er 28 Jahre, wird er jetzt ja auch in diesem Monat noch 28. Wenn der eine gute Saison wirklich spielt, dann ist der vielleicht auch schon wieder 9, 10 Millionen wert, kann man das durchaus vorstellen, weil er halt, der bringt so ein großes Profil mit. Aber du musst halt diesen Mut haben, diese Verletzungen, sage ich mal, dann doch auch auszublenden und zu sagen, okay, wir wollen ihn halt eben als Spieler und die Verletzungen sind jetzt die andere Sache, das kriegen wir schon hin. Ja, und wenn du das irgendwie schaffst, dann muss er halt auch noch auf Gehalt verzichten. Das, glaube ich, weiß er aber auch selber. Also da muss man sich, glaube ich, nicht viel vormachen, dass er das Gehalt, was er zum Beispiel bei Everton bekommen hat jetzt über Jahre, dass er das, war ja bei Trapsons ausgeliehen, dass er das jetzt nicht mehr kriegen wird, ja, das weiß man. Aber auf der anderen Seite kann das auch einen Vorteil geben, weil er bei Everton eben wirklich verdammt gutes Geld verdient hat und das jetzt über Jahre seit dem Mainz-Wechsel, ja, weil Everton die ganze Zeit sein Arbeitgeber auch. Und ja, von da aus kann man ja auch sagen, vielleicht sagt er ja auch, ich will jetzt einfach wieder Fußball spielen und gehe da halt geistig einen Schritt zurück. Und wenn er dann, ja, funktioniert, dann sind auch viele Bundesländer sofort dazu bereit zu sagen, okay, wir zahlen auch wieder mehr, ne? Ja. Absolut. Absolut. Wir haben jetzt ganz viele Spieler nicht besprochen. Könnt ihr mal sagen, wo ihr die noch seht? Unter anderem einen Hazard. Zum Beispiel. Einen De Gea. De Gea hätte ich eigentlich bei Leverkusen gesehen. So diese Xabi-Alonso-Verbindung. Radetzky, ja, ich finde, bei dem Niveau, was sie mittlerweile im Kader haben, könnte man da schon mal auch dann das Torwartniveau anpassen. Auch nichts jetzt gegen Radetzky, aber und dann Derea wäre schon krass gewesen, aber der hätte wahrscheinlich das Gehalt auch noch mal komplett gesprengt. Also es gibt auch noch ein paar andere Spieler. Wir haben uns jetzt vor allem auf die konzentriert, die ja schon in Deutschland gespielt haben. Gerne mal eure Meinung zu den Spielern rein und auch zu anderen Spielern, die ihr vielleicht noch interessant findet oder welchen Spieler ihr für euren Verein gerne hättet. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Absolut. Und Däumchen da oben nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. So, bis dahin. Zu wahrscheinlich einem Trikot-Ranking. Und wir gehen auf die 5000 zu. Nicht vergessen zu abonnieren. Richtig und richtig. Ciao, ciao. Ciao.